Es gibt wenige Ereignisse, an die wir eine genaue Erinnerung haben, wo wir waren, als wir sie gesehen oder gehört haben. Die Pressekonferenz von Teresa Enke gehört dazu. Nur 24 Stunden, nachdem sich ihr Mann Robert Enke, Nationaltorwart, das Leben genommen hatte. Wir hatten erst dann auch ausgearbeitet, was ich sage und ich habe dann aber den Zettel weggelegt und habe das gesagt, was ich sagen wollte. Und es war mir ein Anliegen, eben nicht wieder zu lügen und was vorzuspielen, sondern seine Geschichte, unsere Geschichte dann zu erzählen. Ich habe davor noch nie in die Kamera gesprochen. Ich habe mich da immer zurückgehalten. Das kam aus dem Bauch raus. Ich wollte ihm diesen letzten Gefallen tun. Also es war nichts Taktisches oder nichts, was ich vorbereitet hätte. Überhaupt nicht. Das kam spontan. Die Emotionen und Erfahrungen eines anderen Menschen bereichern unser Leben, wenn wir gut zuhören. Und das sollten Sie unbedingt bei dieser Frau, der Leiterin der Robert-Enke-Stiftung. Herzlich willkommen, Teresa Enke. Hallo. Frau Enke ist zu Hause, ich im Studio. Fühlen Sie sich wohl? Ist alles okay? Von der Qualität ist alles okay. Ich wäre natürlich viel lieber im Studio und hätte gerne Normalität, aber so ist es natürlich auch ein Weg. Wie gehen Sie privat jetzt mit dieser Situation um, mit diesem Coronavirus? Also ich persönlich finde es sehr schwierig. Also ich habe da schon meine Probleme durch die Isolation. Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause, Homeschooling, Beschäftigung. Man hat nicht mehr so seinen eigenen Freiraum, den normalen Alltag. Also für mich ist das wirklich sehr schwer. Und ich denke mir dann immer, ich bin noch privilegiert, weil wir haben ein kleines Gärtchen. Wenn wir rausgehen, ist der Maschsee da. Und ich habe einen Hund, mit dem ich raus muss. Also es ist schon noch, ja im Vergleich zu Freunden, die jetzt zum Beispiel in Spanien sind oder so, ist es wirklich noch gut. Aber ich muss sagen, ich habe da schon dran zu knabbern. Bei uns jetzt hat in einigen, also es hat nicht die komplette Schule begonnen in Hessen, aber einige Schüler durften wieder in die Schule. Das ist in Niedersachsen anscheinend nicht so. Ne, die geht nicht in die Schule und ich habe schon mal geguckt, also voraussichtliche Eröffnung ist irgendwie Ende Mai, Mitte Juni und Ende Juni sind ja schon Ferien. Also ich glaube da eigentlich nicht mehr dran. Da wird nicht mehr viel passieren dieses Jahr. Es ist unfassbar. Ich habe, also auch mit den Hörern, ich glaube einer der meistgesagten Sätze von jedem von uns, sowas habe ich nicht erlebt. Ja, also ich hätte es mir auch nie so ausmalen können, also dass wirklich es erreicht wird, dass die Menschen zu Hause sind, ja Respekt und Angst voreinander haben. Man merkt einfach auch langsam, sind, ja die Gemüter werden erhitzt. Also das merke ich, wenn ich draußen bin mit den Kindern, mit dem Hund, die Menschen werden zusehends aggressiver. Ich auch, also am Anfang hat man immer deeskalierend irgendwie, ja verstehen sie doch, ist ein kleines Kind, hat das nicht gesehen mit dem Fahrrad. Mittlerweile pläre ich auch dagegen, weil es, also die Haut wird dünner. Geht es depressiven Menschen eigentlich jetzt schlechter oder, ich habe mir überlegt, vielleicht fühlen die sich jetzt auch nicht mehr ganz so allein, weil ja alle irgendwie beschränkt sind in ihren Möglichkeiten. Ich habe vorhin interessanterweise auch eben zu meinen Mitarbeitern gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob es für Depressive so viel schlimmer ist als davor, weil sie waren ja davor auch in der Isolation und haben sich versucht zurückzuziehen. Ich, aber natürlich ist die Therapieform im Moment wahrscheinlich nicht so möglich wie davor, weil viele Praxen machen das dann auch telefonisch, was dann auch nicht so ist, als wenn man privat, persönlich vor Ort ist. Aber ich glaube vor allem die Menschen, die ja vielleicht auch eine Prädisposition haben und jetzt isoliert sind, ihren Alltag nicht geregelt bekommen, finanzielle Ängste dazukommen, die Angst vor diesem Coronavirus. Also das sind, ich glaube, es betrifft im Moment ja ganz, ganz viele und ja, egal ob schon depressiv oder nicht, es ist ein schwerer, schwerer Moment im Moment. Auf alle Fälle, im Moment, im Moment, im Moment. Was ich auch toll fand, auch ihren Mann, Robert, auch so mal zu erleben, was das eigentlich auch für ein starker, positiver und auch humorvoller Mensch war. Ja, das stimmt. Also er war super positiv, humorvoll und daran sieht man oder kennt man, dass eben Depression eine Krankheit ist. Die kommt und derjenige hat da keinen Einfluss drauf. Manchmal, klar, die Rahmenbedingungen, wenn irgendwas Tragisches passiert oder eine Veränderung geschieht. Aber im Grunde hat das eben nichts mit der Person zu tun, mit der Schwäche der Person, sondern das ist eine Krankheit, die kommt. Das können wir da nicht beeinflussen und es kann den stärksten und lustigsten Menschen treffen. Das Gehirn ist ein Organ und es ist einfach nicht im richtigen Zustand. Genau. Warum fällt es so schwer, das einfach zu akzeptieren? Weil man es nicht greifen kann. Es gibt keinen Bluttest, der darauf hinweist, der und der Wert ist so, das ist eine Depression oder ein MRT. Also es ist eine, eine Diagnose wird erstellt, aber es gibt kein Bild dazu und deswegen tun sich die Menschen eben so schwer, diese Krankheit anzunehmen und zu verstehen, weil eben Depression oft, leider oft noch mit Schwäche gleichgesetzt wird. Und man hört dann solche Sätze, ja, jetzt reiß dich mal zusammen und das wird schon wieder, wir trinken mal ein Bierchen und ja, weil wird doch nicht so schlimm sein. Also das ist eben, es ist teilweise noch stigmatisiert und dadurch, dass man es eben nicht wirklich greifen kann, ist es so schwer zu verstehen. Deshalb ist es ja sehr wichtig zu sagen, dass die Krankheit, Depression nichts mit Schwäche oder dem Charakter eines Betroffenen zu tun hat. Nee, überhaupt nicht. Und wenn derjenige, der betroffen ist, nach einer Therapie wieder gesund ist, dann kann er ganz normal oder sogar noch gestärkt wieder im Leben stehen. Und das hat Robby eben immer bewiesen, indem er dann gekämpft hat, eine Therapie begangen hat und danach wieder zurückkam. Und das ist, ja, es ist wie eine andere Krankheit, die dann behandelt wird und man kann danach ganz normal weiterleben. Mit dem Wissen von heute, ich meine, das sind ja über zehn Jahre und die Stiftung ist ja auch jetzt schon so lange tätig, Sie haben so unglaublich viel gelernt. Was hätten Sie anders gemacht mit dem Wissen von heute? Mit dem Wissen von heute hätte ich, ja, Robby noch besser verstanden, weil erst retroperspektivisch ich verstanden habe, dass es allen Erkrankten so geht. Für mich war die Krankheit auch sehr neu. Ich wusste, dass er nichts dafür kann und dass es eine sehr schlimme Krankheit ist. Aber ich hatte nicht den Überblick, dass es so weit verbreitet ist, dass so viele Menschen genau exakt diese Symptome haben. Was ich gelernt habe, ist, dass zum Beispiel, wenn jemand nach einer langen Depression auf einmal sagt, oh, mir geht es jetzt wieder gut, ich greife jetzt an, dass das nicht immer heißen muss, dass er die Depression überwunden hat. Das wusste ich bei Robby auch nicht. Und das ist oft auch dann ein Zustand, wo der Betroffene sich entschließt, ich bringe mich um und ist dann wieder unbeschwerter in dieser Phase, weil er eine Entscheidung getroffen hat und den Tod sieht. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Also sonst hätte ich wahrscheinlich diese Phase, wo er sagte, so, ich fange jetzt wieder an, hätte ich anders bewertet oder vorsichtiger bewertet. Dafür haben Sie unglaublich gut ihn begleitet. Also Sie haben ja auch ihn nie in Frage gestellt, wenn er gesagt hätte, ich kann da jetzt nicht hingehen, irgendwie nach Barcelona oder ich gehe weg von Lissabon, wo es Ihnen ja gut ging. Sie haben nie gesagt, jetzt komm, reiß dich zusammen, dieser schlimme Satz. Ich finde, Sie haben ihn sehr gut begleitet. Ich habe ihn sehr gut begleitet, aber ich habe diesen Satz mit Sicherheit auch mal gesagt. In den Anfängen oder man ist ja auch als Angehöriger verzweifelt und dann kommen einem bestimmt auch mal Sätze von den Lippen, die so nicht rauskommen sollten. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir sicher, dass ich in meiner Verzweiflung das wahrscheinlich auch mal gesagt habe. Aber ich für mich wusste eben oder habe gesehen, wie sehr er leidet und wollte ihm beistehen. Und ich glaube, das hat nichts mit mir zu tun. Das tut jeder Ehepartner, jeder Freund für jemanden, den er liebt. Dann versucht man mitzukämpfen, den anderen zu unterstützen und den Weg gemeinsam zu bestreiten. Ich glaube, wir haben geglaubt, mit Liebe geht das. Das war ja dieser Satz, der einen so tief berührt hat bei der Pressekonferenz. Ob es jetzt Kinder sind oder Ehepartner, die haben auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ja, also ich habe das damals, weil eben Robby so präsent war und ich habe das gar nicht so gemerkt, wie sehr das auch bei mir Spuren hinterlässt. Weil man lebt dann eigentlich nur für die erkrankte Person. Ich habe nur versucht, ab und zu mir mal so Phasen zu gönnen, indem ich zum Pferd gegangen bin. Wir hatten ja immer viele Hunde, da meine Auszeit genommen habe. Und wenn Robby beim Training war oder in Therapie, dass man dann selbst versucht hat, ein bisschen durchzuschnaufen. Aber es ist egal, welche Krankheit ein Angehöriger begleitet, ob Krebs oder eine Depression, es ist immer schwer. Und da hält man dann zusammen und versucht natürlich eine Stütze für den anderen zu sein. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie blutet oder ihm die Haare ausfallen, sondern auch bei einer Depression, wenn man erkennt, da ist wirklich jemand, der leidet. Es ist ja auch, glaube ich, man spricht dann auch von der Co-Depression. Es ist auch, glaube ich, mittlerweile Depression die häufigste Krankschreibung. Also da sieht man, wie tief in unserer Gesellschaft diese Krankheit viele Menschen betrifft. Extrem. Also das hat natürlich auch durch die Enttabuisierung. Die Menschen sprechen mehr darüber. Ich glaube gar nicht, dass es so viel mehr Menschen gibt, die eine Depression haben. Das war davor auch so. Aber es wird darüber gesprochen. Die Zeitungen informieren über das Thema. Wir sprechen. Es gibt ganz viel Aufklärungsarbeit. Also es ist Gott sei Dank in der Gesellschaft angekommen. Und ja, die meisten schämen sich nicht mehr dafür. Aber es ist natürlich immer noch stigmatisiert. Und durch solche Interviews, durch Fernsehauftritte, durch Zeitungsartikel wird natürlich da versucht, dem entgegenzuwirken. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es langsam in den Köpfen ankommt, dass es eben eine Krankheit, eine Stoffwechselerkrankung ist und nichts mit Schwäche zu tun hat. Stigmatisiert ist es aber auch heute noch. Also wenn ich jetzt gerade so aktuelle Beispiele, also Ralf Ranjik zum Beispiel oder auch Per Mertesacker, der einfach mal eine Schwäche zugegeben hat in einem Interview, gab es hämische Kommentare. Ach, der soll sich mal nicht so anstellen. Selbst von Teamkollegen, von Trainern. Ja, Ignoranten oder böse ausgedrückt Deppen gibt es immer und die wird es auch immer geben, die die Krankheiten nicht ernst nehmen oder die mit Schwächen nicht umgehen können. Das sind meistens die Menschen, die selber ganz viele Schwächen haben und sich eben solche Figuren wie jetzt Per Mertesacker oder Ralf Ranjik raussuchen und denken, so ein Mensch darf keine Schwäche haben. Und da bricht ihr Weltbild dann zusammen. Also ich glaube, dass es auch daher rührt, weil es ist einfach schön oder menschlich zu hören, dass es den Profis, den vermeintlichen Gladiatoren genauso geht wie den anderen Menschen, wie uns auch. Und das tut gut. Und ich glaube, auch für die Jugend ist es sehr, sehr wichtig, solche Beispiele offenbar zu bekommen, weil dann können die sich selbst besser verstehen, nehmen vielleicht Dinge dann nicht gleich so ernst und sagen, ja, Per zum Beispiel, dem ging es auch vor jedem Spiel schlecht, aber er hat sich durchgebissen und hat sich helfen lassen. Und ja, also ich finde das, ich hoffe, dass ganz, ganz viele, auch die in der Öffentlichkeit stehen, über Schwächen sprechen, dass es dann eben, ja, nicht mehr so stigmatisiert ist, diese Schwäche. Ja, und das ist, ich glaube, man sollte auch einfach, wenn uns heute die Menschen zuhören, ja, also man muss auch aufpassen mit seinen Formulierungen. Es ist eine Krankheit und Fußball war, das haben Sie ja auch immer betont, nicht die Ursache für die Erkrankung Ihres Mannes. Aber dadurch, dass man so in der Öffentlichkeit steht und wenn man dann in so einer Phase ist, ein blöder Artikel über einen, ja, der unter die Gürtellinie geht. Also Robby, das hatten Sie ja schon gesagt, ist nicht durch den Fußball krank geworden, aber natürlich ist dann in einer Krankheitsphase, wenn eine schlimme Berichterstattung ist oder wenn Teamkollegen einen verraten, dann ist das natürlich, wiegt das doppelt so schwer. Und wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, ist eine Therapiemöglichkeit, also war damals eben nicht so einfach. Man hat gedacht, man müsse sich verstecken, man könnte nicht im Alltag bleiben. Und das hat das alles erschwert, der Umgang und die Berichterstattungen. Aber wie gesagt, das möchte ich immer wieder betonen, es war nicht der Fußball, der ihn krank gemacht hat, sondern eben die Krankheit, Depression, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ist in so einer depressiven Phase, wenn dann der Druck sehr hoch ist, ist das natürlich nicht gut. Ja, aber das ist, es kann, es kann, also man kann alle Berufsgruppen, ob jetzt Metzgerin oder Friseuse, Manager. Das trifft alle, ja. Ja, das ist, haben Sie denn aktuelle Zahlen? Ich glaube, es gibt ja, es ist unglaublich, also ich habe mal gehört, jeder Dritte. Vier Millionen. Und das ist schon, also das ist schon wirklich heftig, ja. Also und ich glaube, das, das hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, das hätte geholfen. Also wenn man, wenn Sie halt, auch wenn wir mal, wenn Sie miteinander gesprochen hätten und gewusst hätten, so viele Menschen haben das Gleiche. Auch für mich eben im Nachhinein zu erfahren, wie viele Betroffene es gibt und dass es eben, ja, die, die, die gleichen Symptome sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und auch die Gedanken, wenn, wenn jemand Suizidgedanken hat oder einen Versuch, ich habe mich natürlich auch da mit Menschen ausgetauscht, dass die Familie dann in den Hintergrund rückt, aber nicht, weil die Familie oder der Partner nicht geliebt wird oder die Kinder, sondern weil einfach die Krankheit so übermächtig ist, dass diese Gedanken gar nicht zugelassen werden, was passiert danach mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern. Also einfach das ist es, auch für mich wird, ist diese Arbeit eben Aufklärungsarbeit und ich kann auch immer noch sehr, sehr viel lernen und erfahren über diese Krankheit. Und Stresssituationen können die Krankheit verschlimmern? Ja, ja, klar. Wenn man die Prädisposition hat und dann kommen Schicksalsschläge oder die große Verantwortung dazu, dann kann es natürlich sein, dass es dann extrem ausbricht oder eben der andere Ausweg gesucht wird. Es gibt ja auch eine genetische Disposition, von der oft gesprochen wird. War das bei Robert der Fall oder wurde das ausgeschlossen? Doch, das wurde diagnostiziert, weiß ich nicht. Es wurde drüber gesprochen und man weiß es nicht hundertprozentig, ob es durch Schicksalsschläge, durch den Tod von Lara gekommen ist. Das wissen wir nicht ganz genau. Aber sie war wiederkehrend. Und sie war ja vor Lara schon da, ne? Also es ist ja, und ich fand das ja so, also auch, ich meine, er war ja so, es ist ja auch wunderschön, dass sie dieses, also als Logo der Stiftung ist ja dieses, also wenn man dieses Bild sieht, wie er mit der kleinen Lara auf dem Arm da, das war ja, glaube ich, im Stadion aufgenommen. Also das ist so ein wunderschönes, positives, lebensfrohes Bild, das sie da ausgewählt haben. Also es war eine schwere Zeit natürlich, eine sehr sorgenvolle Zeit auch. Aber es war eine glückliche Zeit, weil wir wussten davor Bescheid, dass Lara sehr krank ist und haben uns bewusst dafür entschieden, diesen Weg mit ihr zu gehen. Und wir waren in unserer kleinen Familie sehr, sehr glücklich, weil wir auch gesehen haben, dass es die richtige Entscheidung war und dass Lara auch trotz dieser ganzen, ja, schlimmen Situationen ein glückliches Mädchen war. Und dieses Bild, von dem sie gerade gesprochen hat, symbolisiert alles. Und es war auch für mich so, wenn man sagen kann, es gibt einen glücklichen Moment, war das der, weil man gesagt hat, okay, ich habe das geschafft, was wir uns, also was wir uns erhofft hatten. Dass es natürlich dann nicht weitergegangen ist, ist tragisch, aber trotzdem haben wir das Richtige getan. Die Stiftung ist ja auch für Kinder, ne? Ist es auf Kinder mit Herzkrankheiten spezialisiert oder auch noch um andere Kinder? Ne, wir haben nur Herzkrankheiten und es nimmt aber auch wirklich nur einen sehr kleinen Teil unserer Stiftungsarbeit ein, weil eben, ja, Robby sehr präsent ist mit Depressionen und da konzentriert sich fast alles drauf. Aber dennoch haben wir trotzdem kleinere Projekte, die wir fördern, am liebsten auch in Kombination mit psychischer Hilfe. Also da wird auch was getan, aber es nimmt einen kleineren Bereich ein. Aber es war mir wichtig, weil ich wusste, dass es Robby auch wichtig war und wir uns davor auch schon engagiert haben. Deswegen hat man das dann auch, haben wir das mit in die Satzung. Hatte Lara eine Organtransplantation geholfen? War sowas in, also war das eine Möglichkeit, die bestanden hätte? Später, also in, ja genau. Also später, wenn es dann keine weitere Hilfe mehr gibt, dann wäre eine Transplantation wahrscheinlich hilfreich gewesen. Aber ja, bei dieser Art von Herzfehler ist es natürlich der schwerste Herzfehler, den es gibt. Oh nein. Wahrscheinlich wäre es keine, hätte auch eine Transplantation nicht geholfen. Aber ich muss sagen, ich bewundere auch, also ich meine, es gibt ja Menschen, die werden einfach mit so einer gewissen Resilienz geboren. Also es gibt Menschen, die sind widerstandsfähiger als andere. Da kann man gar nichts dafür. Das muss auch nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft sein. Aber mir erscheinen Sie vom Schicksal schon gut ausgestattet zu sein. Also ich würde auch sagen, dass das Schicksal schon das Öfteren zugeschlagen hat. Aber trotzdem im Vergleich zu manchen anderen geht es mir noch gut. Also es hat zugeschlagen, aber es geht schlimmer. Und ja, man muss damit leben. Und ich bin nicht besonders stark oder besonders tapfer, sondern man bekommt das Schicksal und man wächst dann hinein. Und ich hatte es mir auch anders vorgestellt. Aber man muss natürlich gucken, dass man aus jeder Tragödie oder nicht man muss, aber es hilft einem, wenn man dann irgendwas Positives rauszieht. Und bei mir war das eben jetzt, oder es ist die Stiftungsarbeit, um anderen Menschen zu helfen, um mir aber auch persönlich zu helfen, weil auch mir gibt diese Arbeit sehr viel. Und ja, also man muss versuchen, soweit es möglich ist, irgendwas aus der schlimmsten Situation zu machen. Und der Schmerz tut tatsächlich irgendwann nicht mehr so weh? Es wird besser. Ich sage auch immer, sonst würde die Menschheit nicht existieren können, wenn es nicht besser werden würde. Und es ist, jeder geht damit anders um. Und man braucht also ein, zwei Jahre. Also bei mir waren es wirklich dann, wo ich sage, ich war dann wieder so nach zwei Jahren, ich bin dann auch selbst in meine Klinik gegangen und habe mir da helfen lassen. Und nach zwei, zweieinhalb Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt, man sucht sich was Neues. Also ich bin dann nach Köln gezogen. Also man muss sich die Zeit nehmen und darf dann auch nicht sagen, oder bewusst sagen, ich muss jetzt ganz schnell weitermachen, sondern jeder trauert anders. Das würde ich auch gerne nochmal loswerden. Man darf keinen stigmatisieren, weil der eine, der peitscht gleich los, steht mitten im Leben, der andere zieht sich zurück. Aber jede Trauer ist anders und jede Trauer hat die Berechtigung. Und da darf man sich nicht irgendwie von Menschen anhören lassen, dass man, der kann doch gar nicht so gefühlt haben. Also man muss wirklich auf sich selbst hören, auf seinen Körper, auf seinen Geist und die Trauer so vollziehen, wie es einem gut tut. Und auch nicht über jemanden urteilen. Das war ja auch bei Robert so. Der hat ja dann nicht lange danach, da hat er, glaube ich, auch mit ihnen drüber gesprochen, hat er ein Spiel gehabt. Und dann haben sie aber auch gesagt, wenn du das für dich selbst entscheidest, dann mach es. Genau. Eine Woche später hat er gespielt. Eine Woche später. Und ich habe gesagt, das hat nichts mit der Liebe zu deiner Tochter zu tun oder mit der Trauer. Du musst im Alltag, im Leben bleiben. Der Fußball ist ein großer Bereich von unserem Leben, von deinem Leben. Und das Leben muss weitergehen. Und das ist die Meinung, die ich vertrete. Aber ich hätte es auch respektiert, wenn er gesagt hätte, ich brauche jetzt erst mal ein halbes Jahr Pause, um mich selbst zu finden. Also alles ist erlaubt in der Trauer. Und das ist eben das, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dass man dann nicht eben denkt, oh, das darf ich nicht, weil was denkt dann der drüber. Weil man recht machen kann, man es eh keinem. Ganz genau. Irgendwas macht man immer falsch. Immer Kritiker. Nein, aber das finde ich einen so schönen Satz. Also das alles ist erlaubt in der Trauer. Das hat mich mal so erschüttert, dass ich glaube, die meisten Paare, die ein Kind verlieren, trennen sich. Das ist nicht einfach, das in einer Partnerschaft zu leben. Nee, das ist nicht einfach. Ich weiß auch nicht. Also bei uns hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns selber gestützt. Robby hat auch immer gesagt, er ist so froh, dass er den Fußball hat. Und dass er eben auch mal flüchten kann. Und seine Gedanken sind weg von zu Hause. Er sagt, Leid tue ich ihm, die eben zu Hause ist und sich den ganzen Tag darüber Gedanken machen kann. Also es war so ein Respekt da, ein Gegenseitiger. Und ich wusste, es ist für ihn wichtig, dass er eben den Fußball hat. Und ich habe anders getrauert. Aber wir haben uns da nicht entfernt, Gott sei Dank. Sondern sie sind zusammengewachsen. Und es ist natürlich auch noch mal was anderes, wenn man eben von Anfang an mit der Krankheit lebt und auch mit dem Ausgang. Also wir wussten immer, dass Lara sehr, sehr, sehr krank ist und konnten uns da auch ein bisschen drauf einstellen. Aber der Zeitpunkt des Todes war nicht vorhersehbar. Es ging ihr da sehr gut. Aber ja, wir hatten einfach auch Glück, dass wir eben eine ähnliche Trauerbewältigung hatten und uns gegenseitig stützen konnten. Aber manchmal ist es eben so, dass der eine sich komplett zurückzieht, der andere möchte im Leben bleiben. Und da kollidiert das dann auch. Ja, ja, klar. Er war einfach der Richtige. Es war eine große Liebe, ist ja noch eine große Liebe. Und dazu gehören halt auch schöne Zeiten. Genau. Also wir hatten wunderschöne Zeiten. Lissabon, Barcelona, auch Teneriffa, Hannover. Also es war immer sehr abwechslungsreich. Ich habe tolle Länder kennengelernt. Ich hatte natürlich auch ein privilegiertes Leben. Und auch jetzt noch. Also es gibt eben Menschen, die denselben Schicksalsschlag haben und dann alles verlieren. Also nicht nur den geliebten Menschen, sondern auch finanziell. Also ich sage, ich bin trotzdem sehr dankbar. und ja, freue mich, dass ich diese Zeit hatte. Und das ist eben das auch, was ich gerne mitgebe. Irgendwann verwandelt sich der Schmerz eben in Dankbarkeit. Und das ist ganz wichtig. Das habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. Aber das kam bei Lara und es kam dann auch bei Robby, dass man nicht mehr so traurig ist, wenn man an den Menschen denkt oder an die Situation, sondern dass man einfach dankbar ist, dass man diese Zeit hatte. Oh, wie schön. Ja, ich glaube, da machen die ganz vielen Menschen Hoffnung. Und das ist auch jetzt so, das spüre ich auch schon. Also wenn Sie jetzt an Robby denken, also so nennen Sie ihn ja, ihren Robby. Und an Lara dann, da ist Liebe und Dankbarkeit. Da ist Liebe und Dankbarkeit. Also mittlerweile, ja, die erste Zeit war natürlich immer mit Schmerz verbunden und Traurigkeit. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es mich mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt und ich oft an die schöne Zeit zurückdenke und nicht mehr traurig bin. Lissabon war ja so eine tolle Zeit. Und auf Teneriffa, ich glaube, da ging es ihm auch richtig gut. Und auch da war er ja nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Und ich war nicht dabei. Nein, aber in Lissabon schon, oder? Nein, dann wäre meine Theorie falsch. Weil ich habe mir so überlegt, ich meine, wenn ihr jetzt in Lissabon, wo ihr euch beide, und da waren die Hunde, da habt ihr auch so viele Tiere gehabt. Und da wäre ja vielleicht auch noch ein Kind dazu gekommen. Aber es war dann doch schon der Ehrgeiz bei ihm, oder? Der ihn gepackt hat. Genau, ja. Also Lissabon war toll und das war mit die schönste Zeit. Aber ja, er war damals sehr jung und wollte natürlich sportlich weiterkommen. Und wenn dann FC Barcelona anfragt, so hat er es mir auch gesagt, da kann man nicht Nein sagen. Das sagt man so, ja. Ja, das ist natürlich für jemanden, der ehrgeizig ist, was heißt nicht mal ehrgeizig, karriereorientiert, und dann kann der sich nicht mit 24 sagen, ja, jetzt bleibe ich eben bei Benfica und werde dort alt. Ja, die Vorstellung wäre schön gewesen. Und im Nachhinein hat er ja auch gesagt, man muss eben dankbarer sein für das, was man hat und nicht immer nach dem Nächsten streben. Und deswegen hat er auch damals bei Hannover dann verlängert, obwohl er weitaus bessere Angebote gehabt hätte. Und da hat er auch damals gesagt, nee, wir bleiben hier. Ich habe den Menschen hier so viel zu verdanken. Die haben ja den Rücken gestärkt in einer schweren Zeit, haben mich aufgenommen, als ich als zweiter Torhüter oder als Torhüter aus der zweiten Liga gekommen bin. Und er hatte da diese Dankbarkeit und diese Erfahrung eben hat sich dann bemerkbar gemacht, dass er sagt, nee, es muss nicht immer höher und weiter sein, sondern man muss froh sein für das, was man hat und auch mal die Dankbarkeit zurückgeben. Ich glaube, auch die Erfahrung mit Lara hat ihm gezeigt, es gibt im Leben auch einfach noch mehr als Fußball. Und ich meine, selbst wenn man so, ich meine, Leistungssport, das muss man ja auch immer wissen. Sie haben ja selber, ich glaube, Sie waren Fünfkämpferin. Da ist man ja als Leistungssportlerin. Robert hat ja so viel für diesen Sport, für seinen Traum gegeben. Das ist halt auch was Besonderes. Das will man dann auch ausleben. Natürlich. Also wäre ich so talentiert und erfolgreich gewesen, dann hätte ich das auch versucht auszuleben. Also das ist durchaus verständlich. Und man muss sich ja auch immer neue Reize setzen im Leben. Und manchmal geht es gut und manchmal nicht. Genau, man soll ja im Grunde diese Hätte und was wäre, wenn Sätze gar nicht machen. Aber ich habe mir so jetzt in der Vorbereitung gedacht, ach, hätte doch der Lien gar nicht irgendwie bei Robert sich gemeldet, da in Teneriffa. Ja, dann das hätte ihm vielleicht besser getan. Aber das weiß man nie. Weil die Krankheit macht ja nicht, die Krankheit hätte ja auch so wieder zurückkommen können. Die hätte auch so zurückkommen können. Und dann daran sieht man eben, die Krankheit ist zurückgekommen, wo er auf dem Höhepunkt stand. Wir haben Leila adoptiert, standen wieder wirklich im Leben. Er war die Nummer eins, hat den Platz zugesprochen bekommen. In der Nationalmannschaft, Hannover 96, der Platz sich. Also es hat alles gestimmt und trotzdem kam diese Krankheit zurück. Und das hat ihn auch sehr verunsichert, weil davor gab es vermeintlich immer einen Auslöser, eben entweder Vereinswechsel oder der Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Und dann kam diesmal eben die Krankheit zurück, obwohl er ganz oben stand. Also es gibt da keine Gewissheit, dass man sagen kann, so jetzt ist wieder was passiert, jetzt sollte sie ausbrechen, sondern es kann willkürlich kommen. Das ist ja das Gemeine. Da hilft Wissen. Hätte er vielleicht auch gewusst, das hat gar nichts mit äußeren Umständen manchmal zu tun, sondern es ist einfach, es passiert in meinem Gehirn. Also da fehlt ein Stoff, den muss ich mir vielleicht zuführen. Dann hätte ihm das vielleicht auch geholfen. Hätte ihm und das ist auch für die anderen, die vielleicht betroffen sind, wichtig. Es hätte ihm mit Sicherheit geholfen, wenn er weiter in Therapie geblieben wäre. Wenn er weiter auf seine psychische, seelische Hygiene Acht gegeben hätte und dann nicht, ah, jetzt geht es mir gut, jetzt brauche ich nichts mehr und weiter gemacht, sondern einfach weiter sich gepflegt hätte. Und was jetzt auch viele Unternehmen machen und Vereine, dass eben diese seelische Hygiene in den Fokus gerückt ist, dass man eben präventiv was tut. Und das hätte er tun sollen und dann wäre das vielleicht auch nicht so extrem ausgebrochen. Man weiß es nicht, aber trotzdem rate ich es jedem, der schon mal in Therapie war, auf sich zu hören und bei den kleinsten Anzeichen sich eben wieder Hilfe zu holen und eben die seelische Gesundheit nicht zu vernachlässigen. Das ist ja auch Stiftungsarbeit von Ihnen. Was wären das zum Beispiel für Dinge, auf die man, Sie haben so beschrieben, seelische Gesundheit, Achtsamkeit, was sind das so Dinge? Auf was sollten Menschen da achten? Dass sie versuchen, eben diesen, also wenn sie schon mal betroffen waren, ihren Alltag zu strukturieren, Sport zu machen, eben auch dann vielleicht ab und zu auch mal ein Gespräch mit dem Therapeuten zu führen, um nochmal zu sehen, wie stehe ich, wie geht es mir? Man hat ja auch, wenn man eine Therapie hinter sich hat, hat man natürlich auch Mechanismen, die einem sagen, was passiert oder wie, was können die ersten Anzeigen sein? Also eben auf sich hört, Pausen einzulegen. Und wenn man merkt, man ist überarbeitet, ja, wenn, es ist oft dann natürlich auch leichter gesagt, als getan, zu sagen, legt den Stift mal beiseite und konzentriert euch auf euch. Aber wie gesagt, mittlerweile sind viele Unternehmen eben auch dahingehend bestrebt, weil sie eben wissen, die Depression ist eine Krankheit, die ihnen auch sehr viel Geld kostet und versuchen dann natürlich präventiv zu agieren. Und ich glaube, man sollte sich auch, sollte versuchen, sich seinem Vorgesetzten zu öffnen, mit offenen Karten zu spielen und das erleichtert auch schon um einiges. Das sagen ganz viele, also ich habe jetzt auch so, da waren es auch wieder Sportler, aber die sagen, es hat nicht bei jedem funktioniert, aber viele sagen, als es dann raus war, war alles viel einfacher. Also dass man einfach drüber reden und dieses, ich glaube, dieses Verstecken, dadurch kriegt das Ganze auch so eine Schwere und also, warum muss man sich vor sowas verstecken? Es ist ja, man kann ja gar nichts dafür. Nee, das ist es eben. Also dieses Verstecken signalisiert einem ja auch persönlich, das ist Unrecht, was du da gerade hast oder das ist... Was Schlechtes. Ja, und auch mit den Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, die, die sich öffentlich dazu, nicht öffentlich, also die sich ihrem nächsten Umfeld, ja, anvertraut haben, denen geht es besser. Es fällt einem eine Last vom Herzen und man kann eben auch mal sagen, heute würde ich gerne mal ein bisschen kürzer treten. Ist das in Ordnung? Wenn es mir morgen besser geht, dann arbeite ich das nach. Also eben versuchen, auch Dinge zu tun, die einem Freude bereiten, auch jetzt gerade in dieser Zeit. Es ist natürlich begrenzt, aber sei es ein Spaziergang oder ein bisschen raus, ein bisschen Sport machen, das trägt alles dazu bei, eben seine seelische Hygiene im Gleichgewicht zu halten. Ja, das ist so verrückt im Moment, in der Zeit, in der wir leben. Ich hatte vor kurzem auch so einen Psychologen zu Besuch und das ist ja oft etwas, was Sie ja auch eben sagten, was man empfiehlt, nur sind wir eben in diese, wir sind quasi in so eine kollektive, in so einen kollektiven Stillstand reingestürzt. Man hat Zeit, man hat Raum. Es hat auch manchmal durchaus positive Dinge. Es hat natürlich, wenn eine Familie, kollektiv irgendwie zu Hause sein, kann und sich da stützen kann und was unternehmen kann, dann hat das sicherlich auch einen positiven Effekt. Wie sagt man? Einen positiven Effekt. Genau, aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die kämpfen müssen, die eben nicht zu Hause sitzen können, die mehr arbeiten müssen. Oder Pflegeheime, die Armen, die nicht besucht werden können. Genau, die ganzen älteren Menschen, die alleine sind, die alleine sterben müssen. Und ich sage auch, meine Mama, die sitzt alleine in Bayern. Und das ist, es ist schwierig, man muss es abwägen, in weit, aber ich glaube eben, dass es mehr wahrscheinlich am Corona-Schaden, also Kollateralschäden gibt, als dass tatsächlich am Coronavirus gestorben wird. Und sind Sie dann eher jemand, der sagt, lieber jetzt langsam öffnen oder doch eher die, so mehr sicherheitsorientiert, lieber zu Hause bleiben? Nein, öffnen. Öffnen. Die Menschen, die vorgeschädigt sind, die älteren Menschen, die werden selber oder selbst entscheiden oder sehen, wie weit, ja, nehmen Sie ja im öffentlichen Leben teil, aber diesen Coronavirus, den wird es auch noch in sechs, acht Wochen geben. Und wir können nicht alle isolieren, also das geht nicht, weil wie viele Kinder sitzen hier und wir werden nicht mehr, also es ist ja nicht überall heile Welt und man merkt ja selber, dass es schon schwer wird und manche leben eben unter anderen Bedingungen und deswegen, also ich wäre, ich bin natürlich für die Lockerung, dass die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, dass die Kinder wieder ihre geregelte Struktur haben, weil ich glaube einfach, dass die Menschen mittlerweile begriffen haben, dass sie sich eben selbst schützen müssen, dass sie aber auch andere schützen und da gehen wir, die meisten, die ich jetzt draußen erlebt habe, gehen umsichtig damit um und meine Mutter, die Risikopatientin ist, die geht eben nicht raus, so tragisch es ist, aber die geht auch in sechs Wochen wahrscheinlich noch nicht raus, bis es einen Impfstoff gibt. Das ist dann leider so und dann muss aber, muss aber die andere, oder der andere Teil der Bevölkerung sollte versuchen, sein Leben so normal wie möglich führen zu können. Ja, es ist ja immer mehr, immer mehr weisen ja auf dieses Argument hin, auch Armin Laschet in NRW und dass auch unheimlich viele, viele Schäden mittlerweile entstehen durch diese Isolation und man spürt auch, wie wichtig das, ja das Miteinander ist, dass man sich tatsächlich auch sieht. Natürlich und das macht einfach, Isolation macht krank und ich, man muss umsichtig sein, ich bin kein Politiker, das ist nur meine, meine eigene und persönliche Meinung, wo ich sage, es muss weitergehen, ja nach den, ja Kriterien habe ich immer gelebt, es muss weitergehen, wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder eine Normalität schaffen und die Menschen schützen eben, die davon stärker betroffen sind und die werden aber auch selbst wissen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich dieses Risiko eingehen und älteren Menschen oder vorgeschädigten Menschen kann ich eben nur empfehlen, erst mal zu Hause zu bleiben oder eben dann halt mit, ja gehörigem Abstand. Meine Mutter geht auch noch einkaufen, aber die hält dann eben Abstand, aber sie sagt, sie kann sich auch nicht komplett isolieren, weil sonst wird sie verrückt. Ja, ja, das habe ich gesagt, ich glaube, wir alle spüren das mit, ich höre das auch von anderen, dass wir, dass im Grunde die Jüngeren manchmal den Älteren sagen, hier pass mal ein bisschen auf, weil die, weil natürlich wollen die, ja, weil meine Mutter sagt, das ist doch kein Leben mehr, wenn ich immer nur zu Hause bin, also deshalb, ich finde, da muss man, da muss man wahrscheinlich auch, so wie sie, also es war eine andere Art, aber man kann auch nicht, man kann nicht komplett für einen anderen Menschen entscheiden. Es muss halt auch für die Leute wirklich, die krank sind und die aber auch noch im Arbeitsleben sind, die sagen, ich kann dann aber doch nicht zur Arbeit gehen, für die müsste es eine Absicherung geben, dass vorgeschädigte Menschen eben nicht zur Arbeit gehen müssen, aber trotzdem ihre Arbeit, ihrer Arbeit nachkommen sollten und eben die älteren Menschen geschützt werden und da das Augenmerk draufgelegt wird und die jüngeren Menschen und die Wirtschaft sollte so weitergehen. Hoffen wir, dass es langsam so wieder ein bisschen, ein bisschen besser wird, aber da haben wir, glaube ich, noch, wie sagt man, es ist noch ein, es ist noch ein weiter Weg. Es ist noch ein weiter Weg, es gibt bestimmt auch ganz viele, die jetzt dann aufschreien und ich wahrscheinlich Shitstorm bekomme, aber wie gesagt, Ja, ich habe sie ja nach ihrer persönlichen Meinung gefragt. Ein paar Ähnlichkeiten gibt es schon, weil auch bei depressiven, also bei einer schweren Depression, da hilft wirklich auch meistens dann irgendwann mal nur die Klinik, aber so bei einer leichten Depression und so sagt man ja, oder mittelschwer, also so Struktur im Tag schaffen, das sind so Dinge, die man ja dann auch lernt. Ja, das muss man sich wirklich, also das mache ich jetzt hier auch, mal gelingt es mir besser, mal weniger, aber da geht es Ihnen wie uns auch, ja. Ja, also ich predige das immer und empfehle das den Menschen, aber mir fällt das auch schwer, aber ich habe jetzt auch einem Bekannten gesagt, schreib dir wirklich einen Zettel von früh aufstehen bis Zähneputzen, Frühstück, spazieren gehen, Wände streichen, also eben, man muss sich da auch ein bisschen selbst betrügen, indem man sich Sachen, die man vielleicht auch so machen würde, auferlegt, man ein Häkchen dahinter machen kann und so eben seine Tagesstruktur beibehält. Und das Schlimmste, denke ich mal, ist eben immer lang ausschlafen, im Schlafanzug den ganzen Tag rumrennen und eben keine Normalität zulassen. und, aber es ist, es ist wirklich schwer und man muss sich das auch vornehmen und da, da sitzen wir alle im gleichen Boot, aber ich appelliere eben an die Menschen, es zu versuchen und es wird dann von Tag zu Tag etwas, etwas leichter. Ich glaube, Sie haben ja auch noch einen Hund. Hunde helfen, finde ich, bei dem Ganzen, weil mit dem Hund hast du ja Struktur. Du musst, also oder du kannst dann zweimal einen langen Spaziergang machen, also mir hilft das. Ja, mir hilft das auch. Also mein Hund hat zwar die eiserne Blase, also er müsste auch nur einmal am Tag raus, aber jetzt kommt er zweimal raus wahrscheinlich. Jetzt kommt er zweimal raus und auch meine spanischen Freunde sind so froh, dass die Hunde haben, weil so dürfen die raus, sei es ja noch viel strenger in Spanien und da, also das ist wichtig. Natürlich Hunde, also Tiere, Kinder, die geben einem Struktur und auch da kann man sich dann nicht hängen lassen. Aber frische Luft, Spaziergänge, ich sehe unglaublich viele Menschen jetzt Sport treiben draußen. Also die Versuche, also man versucht schon, dem entgegenzusteuern. Also das sieht man eben, weil ganz, ganz viel, viel mehr Menschen draußen sind als davor. Ja, viel mehr fahren Fahrrad, also das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber ich muss das ja unbedingt noch ansprechen, weil das haben Sie wahrscheinlich überhaupt nicht gewollt oder beabsichtigt, aber ich kann mich noch genau an den Moment der Pressekonferenz erinnern und es geht vielen so. War das geplant oder Sie haben einfach gesagt, ich sage einfach, wie es ist? Ja, ich sage einfach, wie es ist. Also es war überhaupt nicht geplant. Wir saßen danach alle in unserem Haus und der Manager und Jörg Schmadtke und der Pressesprecher und man hat überlegt, was sagt man? Sagt man die Wahrheit? Versucht man irgendwie erstmal ein bisschen Zeit zu gewinnen? Wie geht's? Also es war, wir diskutierten ewig lang oder ich diskutierte da nicht mit, ich saß eher apathisch daneben und irgendwann habe ich mir das nicht mehr anhören können, habe ich gesagt, ich spreche, ich spreche über Robby und da waren natürlich auch alle froh und man hat, wir hatten erst dann auch ausgearbeitet, was ich sage und ich habe dann aber den Zettel weggelegt und habe das gesagt, was ich sagen wollte und es war mir ein Anliegen, eben nicht wieder zu lügen und was vorzuspielen, sondern seine Geschichte, unsere Geschichte dann zu erzählen und auch natürlich um Spekulationen entgegenzuwirken. Also das war intuitiv, ich habe davor noch nie in die Kamera gesprochen, ich habe mich da immer zurückgehalten und das war eben, ja, das kam aus dem Bauch raus, ich wollte ihm diesen letzten Gefallen tun und ja, aber was daraus entstanden ist, das habe ich nicht vorher gesehen, also es war nichts Taktisches oder nichts, was ich vorbereitet hätte, überhaupt nicht, das kam spontan. Aber da sieht man mal wieder, also das ist, es kam halt aus dem Herzen, intuitiv und da kommen ja sowieso oft die besten Sachen und das, damit haben Sie, ja, damit haben Sie vielen depressiven Menschen und auch Robert einen riesen Gefallen getan. Ja, so habe ich das dann auch, also es war befreiend, ich wollte eben keine Geschichten mehr erzählen und dass jemand anders über ihn spricht oder über mich und ja, das war so der letzte Dienst, den ich ihm erwiesen habe, aber natürlich auch, auch mir für mein weiteres Leben, damit ich nicht mehr Versteck spielen muss. Das hat eine große Bedeutung auch für Ihr Leben gehabt, also es war wichtig, diese Äußerung. Ich denke schon, ja, also es wird ja oft dann, ich wurde ja auch ausgezeichnet, damals in Hannover, eben auch für die Pressekonferenz und da habe ich aber auch gesagt, ich fühle mich auch geehrt und aber das war nichts, was vorbereitet war oder was für die Zukunft einen Sinn hatte für mich oder einen Sinn ergeben sollte, sondern es war intuitiv, das war in diesem Moment und was daraus entstanden ist, auch natürlich für die Stiftung, das war nicht vorhersehbar. Frau Einke, gibt es irgendwas, was wir Ihnen persönlich wünschen können noch zum Abschluss oder für die Stiftung? Also für die Stiftung wünsche ich mir eben oder für das Krankheitsbild Depression dass die Menschen offener damit umgehen, dass die Menschen nicht andere dafür stigmatisieren, dass sie eben es akzeptieren und zulassen, dass es wirklich eine Krankheit ist. Das ist mir ganz wichtig, dass sie Mitmenschen helfen, unterstützen, auch mal zuhören und ihnen empfehlen, vielleicht zum Arzt zu gehen. Das ist so dieses Verständnis füreinander und für mich kann man sich wünschen, dass das jetzt bald aufhört, dass es bald gelockert wird und wir wieder zur Normalität kommen, ich zu Hause kein Homeschooling mehr machen muss und meine Kinder wieder mit Freunden spielen können und glücklicher sind. Ach, wie schön. Da haben Sie vielen Menschen auch, die uns jetzt zuhören und mir auch aus dem Herzen gesprochen. Ich habe so von Ihnen einen Satz gelesen, da hieß es, ich darf nicht immer nur die Witwe sein. Also ich finde, Sie haben das wunderbar hinbekommen. Also ich bin ganz erfüllt von diesem Gespräch und Sie sind ein ganz eigenständiger Mensch und halten dieses Andenken in Ehren und also ich fand, es kam viel Liebe im Gespräch rüber und auch viel Engagement und ja, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Dankeschön, dass ich sprechen durfte. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Schön, dass Sie Teil dieses Podcasts waren, denn ohne Sie, ohne die Hörer, wäre ja alles umsonst. Wir können uns wieder hören, immer sonntags zwischen 9 und 12 im Radio und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, mit allen Gesprächen von Silvia am Sonntag. oder fleißigping wake. Oder wie ich bin,